Leute, was geht? Danke schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Falls die Kamera noch nicht gut genug ist und der Ton heilt, gebt mir noch ein bisschen Zeit. Ich bin frisch in die Wohnung eingezogen, hab noch keine Möbel. Es wird noch alles viel besser, okay? Wir haben uns schon lange keine A-Win-Videos mehr reingezogen, aber der Titel ist sehr interessant und das muss ich mir reinziehen. TikTok-Karin verkauft ihre Pfürze und verdient 100.000 Dollar damit. Okay, okay, ziehen wir uns rein, los geht's. Das ist sehr vertrauensvoll von ihm. Heute ist ein historischer Tag. Der heutige Tag markiert den niedrigsten Punkt, den die Menschheit jemals erreicht hat. Digger, ich liebe TikTok, Alter. Für sowas liebe ich TikTok. Los geht's, man. Gesellschaft hat ein Ausmaß der menschlichen Verzweiflung erreicht von... Ich will gar nicht wissen, was jetzt passiert. ...die niemals gedacht hätten, dass es existiert. Ja, eigene Produkte zu verkaufen kann ja schön sein, aber ich bitte euch, hygienisch ist das ja nicht gerade. Stichwort Hygiene. Ich muss noch die Socken meiner Tante waschen. Ich bin gleich wieder da, okay? Aber bevor wir... Ah, Junge, Abend, Digga. Wanderbiler, hör auf damit. Zum Thema kommen wollte ich sagen, ich muss mich heute wieder etwas beeilen mit dem Video. Wir gehen jetzt nämlich zum zweiten Mal den neuen Spider-Man-Film im Kino gucken, ja? Geiler Film, Bruder. Geiler Film. Ey, überleg mal, ein Film ist so gut, dass man ihn einfach zweimal oder auch mehrere Male so im Kino guckt, ne? Seid mal ehrlich, so hattet ihr sowas schon mal? Ich versuche jetzt, euch ein Flash-Fucking-Bag zu geben. Kennt ihr noch den Film Gora? Das ist so ein türkischer Film. Wenn das euch was sagt, ich will die Oldschool-Has in den Kommentaren sehen. Diesen Film haben wir damals im Kino dreimal geguckt. Das war der Shit. Als ich übrigens klein war, ne? Oh, ich weiß noch. Da hat mein Onkel sich auch immer so als Spider-Man verkleidet für mich, ne? Ich weiß noch, ey, beste Zeit. Was kommt jetzt? Als alle schlafen waren, hat er mir immer so weißes Zeug ins Gesicht gesp- So, meine Schatzis, ich wollte mich mal vom tiefsten Herzen dafür bedanken, dass ihr alle so krass hinter mir standet letzte Woche. Ihr habt gesehen, es gab ein bisschen Beef und wisst ihr, was so für mich das Lustige hat? Das habe ich tatsächlich verpasst, also da muss ich mir noch reinziehen. ...tiktokerin verkauft ihre Fürze. Ja, sie macht das wirklich. Das Erste, was ihr euch natürlich fragt, ist, wer kauft sowas? Ja, okay, klar, ihr habt den Titel zwar gelesen. Ja, sie hat... Digga, wie soll man denn einen Furz verkaufen, Bro? Fett Kohle gemacht damit, wir werden gleich noch die Details sehen, aber, Digga, ich glaube das einfach nicht. Hey, guys, today I'm gonna be showing you a day in the life of a girl who sells her Farts in a jar. Oh, what the fuck, Bro? Ich weiß, ob ihr es glaubt oder nicht, aber sowas ähnliches wurde auch mal in Deutschland gemacht. Und zwar hat damals ein Rentner in Berlin einfach seine Fußnägel in Erdnussbutterdosen verkauft. Bah, Bruder, was passiert hier, Alter? So, ich weiß nicht, ob ihr die Story kennt, aber ohne Spaß, das Ganze ist auch... Ey, Bruder, ich hab richtig Hunger, komm mal jetzt. Alles klar, Bro, ich deck schon mal den Tisch, ich bin gleich da. Wer war jetzt der andere? Ist das auch ein YouTuber? Richtig, das erste Mal, dass ich auf eine amerikanische TikTokerin reagiere. Ich bin echt gespannt, ne? Stellt euch vor, sie schicken mir jetzt ihren Anwalt, der mir mit einem Zivilverfahren droht. Ich würde sagen, wir gucken uns mal ihren Content an. Keine Angst, ich werde euch alles übersetzen. Wir gucken wahrscheinlich eh nur Tipico und Shisha-Bakarnacken zu, so. Ich weiß nicht, wie euer Englisch ist. Mein Englisch ist okay. Sehr geiles Produkt, Digga. Ich brauche einen Suchtiekühlschrank. Ich brauche auch einen Suchtiekühlschrank, Digga. Hier brauche ich einen, Digga. Ich merke, wie es... Also, ich merke, dass es mir gut geht in Istanbul, aber wenn es mir schlecht geht, weiß ich, dass ich Suchtie trinke und es mir besser geht. Das heißt, irgendeiner muss mir nach Istanbul Suchtie bringen. Ich mach da schon, keine Sorge. Kriegen wir hin. Okay, Leute, let's go. Oh, ich rede in die Hohle, oder? Junge, Alter. Die meint das doch nicht ernst, Bro. Oh, Digga. Die war richtige Haul. Andere Influencer war immer so, ja, das ist meine Schminke von zu voll. Ja, und ich zeige euch, wie man fuft, was man essen muss. Ey, Bruder, bitte. An der Stelle, wo die Furzen, brauchst du nicht zu zensieren. Mittlerweile zensiert es echt zu viel. Und sie einfach so, ja, das sind Protein, Muffins und Bohnen, die ranzige Furze für euch intensivieren. Bro, was war eigentlich, wie stellt man sich das vor? Die steht ja noch so richtig dahinter, ne? Nochmal, das zeigt eigentlich, wie verschieden Influencer-Frauen alle so sind. Während ich warte, bis ich die Furze bilden... Ah, okay. Sie liest gerne in der Zwischenzeit. ...smart, love to read, and then after I'm ready to go, I go ahead and, you know, do my work, do my job. Sie sagt einfach so, dann tue ich meine Arbeit, okay. Ja, während ich darauf warte, dass sich die Furze entwickeln, lese ich ein Buch und dann jetzt an die Arbeit. Sie machen einen richtigen Arbeitsprozess draus. Digga, wie komisch ist das? Stichwort komisch, ey, mir fällt gerade auf, ich bin so unglaublich glücklich. Es war, ich habe einfach vor kurzem, ich habe das erste Mal in meinem Leben etwas gewonnen. Und zwar, guck mal, ihr glaubt mir das nicht, guck mal, ich war so am J***en und außerdem nicht. Das ist ein J***en, Digga. Es kam so auf der Seite die Meldung, dass ich das neue iPhone 13 Pro Max gewonnen habe. Wie denn, putzt sie in die Dose und schließt es zu und dann diesen Geruch, kauft jemand und was? Digga, sie hat 97 Dosen Furz verkauft. Sie schreibt sogar an jedem eine persönliche Nachricht, Digga, krass. Plus, ja, vielleicht zahlen die Leute ja dafür. Sie hat sogar gerade eine Rabattaktion ablaufen, du krank, Alter, wie schwachsinnig ist das, ey? Alexa, wie viel Geld habe ich gerade auf meinem Bankkopf? So, Digga, Kamera hat gerade einen kleinen Defekt, es kommt nicht wieder vor, sorry dafür. Jetzt war es Spaß, weil ich weiß, ich weiß doch, als ich vorhatte, auch mal mit so einer Sache Geld zu verdienen. Business-Ideen, Business-Ideen, was haben wir? Bro, wie wäre es, wenn wir ein Ghost-Writing-Unternehmen gründen? Wir schreiben einfach Texte für andere Rapper. Das ist eine geile Idee, Bro, aber kannst du sowas überhaupt? Ach, Bro, ich habe sowas schon öfter gemacht, pass auf, ich habe hier sogar einen Text. Meine Steuerschulden sind hoch, ich mache einen Kanalwechsel. Die J***er, die Jungfrauen des Paradieses sind die Granatäpfel. Naja. Ich habe fast 5.000 Dollar verdient. In einer Woche. Wie lange halten die Fürze? Bro, was für... Junge, Alter, was passiert hier? Das ist doch Verarsche, Bro. 50.000 Dollar in einer Woche hat sie damit verdient. Überleg mal, andere müssen ein Jahr lang dafür arbeiten gehen, Junge. Was ist das? Ja, sie hat eine Woche lang in Dosen gefurzt und hat Geld verdient, Bro. Und im Video davor hat sie ja gesagt, dass fast schon 100 Leute gekauft haben. Oh, warte, warte, warte. Können wir mal darüber reden, dass eine Furzdose 1.000 Dollar kostet? Nein, nein, stopp, stopp, können wir mal darüber reden, dass das der Rabattpreis ist? Wie viel kostet denn eine Furzdose eigentlich? Oder was ist denn los mit dieser Welt? Aber ohne... Guck mal, ich sage es euch, wie es ist, ne? Sie sagt es schon selbst. Hatet nicht die Spieler, hatet das Spiel. Nein, nein, es ist nicht so, wie du denkst. Das ist alles ein Missverständnis. Mein Gott, ich verachte die Leute, die sowas kaufen, aber ihr gönne ich das vom Herzen. Wisst ihr was? Ich versuche, meine Freundin auch mal zu überreden, dass sie in so ein Business einsteigt, okay? So ein stabiles Nebeneinkommen wäre doch nicht schlecht, oder, Schatz? Ja, er hat keine Freundin. Oder, Schatz? Schatz? Wie lange halten die Furze, okay? Der Heruch ist meistens einfach für die ersten zwei Tage, Bro. Bro, die meint das noch nicht ernst, Alter. Ein Hauch erschafft Erinnerungen, die ein Leben lang bleiben. Ich muss mir auch so einen Spruch für Suchtie ausdenken, Digga. Suchtie, ich lieber nicht warte. Wir brauchen mal neue Sprüche. So, an der Stelle, ich mache mal kurz Eigenwerbung. Um 21 Uhr, also wenn das Video online gekommen ist, checkt mal die Instagram-Seite ab. Alle Leute, die jetzt Suchtie folgen und in den Kommentaren bei dem letzten Video mitmachen mit Kaumte Suchtie, unter allen Leuten verlose ich 100 Boxen Suchtie nach Auswahl. Deswegen checkt eure DMs morgen ab und folgt Suchtie. Würde mich freuen. Was? Okay, warte mal kurz. Die Leute geben also 1000 Dollar aus für so eine Furzdose, die gerade mal zwei Tage lang riecht. Ich will ihr ja jetzt nicht helfen oder so, aber Schatzi. Ich küsse dein Herz. Komm, einmal Musterfass, Gemüse, Kebab, hier Berlin, Steglitz und ein Furzelt bis nächste Ramadan. Astag for Allah. Astag for Allah, sorry. Nein, aber jetzt ohne Spaß. Ich verstehe nicht, wie kann man Geld für sowas ausgeben? Onlyfans ist eine Sache, ja. Obwohl, eigentlich genauso peinlich, wenn man als Mann Onlyfans von Frauen abonniert hat. Ich glaube, Onlyfans ist gar nicht mehr so im Hype, weil die Leute dann immer diese Bilder einkaufen und dann bei Reddit einfach verbreiten. Oder habe ich mich jetzt als Freak geoutet? Außer an Black Friday. Äh, außer, nee, ich meine. Jetzt mal im Ernst, welcher verzweifelte Mensch auf dieser Welt bestellt Furzdosen von Frauen auf TikTok? Guten Tag, ich möchte gerne den Express versandeln. Warum kaufeln halt meine Furzdosen? So, das will ich jetzt auch verstehen. Ah, weil du eine sehr gute Persönlichkeit hast, muss ich deinen Furz kaufen, okay? Es liegt wahrscheinlich nicht an den kranken Menschen, die sich darauf aufgeilen und einen Furzfetisch vielleicht haben, oder? Bruder, bitte, über was reden wir gerade, Bruder? Und auch, weil ich heiß bin. Ja, klar, sie sagt, Leute kaufen ihre Furze wegen ihrer Persönlichkeit. Ja, natürlich ist das der Grund. Okay, wisst ihr, worauf ich seit Anfang des Videos warte? Auf, weil du bestell bist, ey. Ich meinte auch, ich warte darauf, dass die erste Frau in Deutschland das auch macht. Ihr kennt das ja, diese Trends werden immer übernommen. Erst machen es die Leute in Amerika... Ne, ich glaube, in Deutschland traut sich das keiner. ...die Leute hier belächeln es und danach machen es die Leute hier auch und sagen... Wir haben Amerika seine Mutter ge... Klar, ihr kennt mich, ich unterstütze sowas natürlich nicht. Ich möchte gerne den Express versanden. Aber jeder, wie er will, ne? Macht Business, wie ihr wollt. Ihr kennt das ja so. Jeder muss irgendwie Brot nach Hause bringen. Ja, kackt und pisst in Dosen, Bruder. Und verkauft das bitte. Jeder muss irgendwie Geld verdienen. Ja, von Sammy, wie er so schön sagt. Auch wenn in Krisen das Mamas drehen, Vala Para fehlt, Bruder Allianz Arena. Auch wenn in Krisen das Mamas drehen, Vala Para fehlt, Bruder Allianz Arena. Ja, Leute, das war's wieder mit dem Video. Hä? Ihr müsst jetzt zwei Sachen machen, sonst rede ich nie wieder mit euch, ja? Erstens, kommentiert entweder mit eurer Meinung zum Thema oder kommentiert mit der Zutat, die ihr immer weglasst bei eurem Döner. Bei mir sind's Tomaten. Was solltet ihr für ein Suchtier? Tomaten. Zweitens, liked dieses Video hier, damit es in den Algorithmus kommt, okay? Ihr habt drei Sekunden Zeit dafür. Ich like jetzt. Bruder, ich würde gerne liken, aber ich kann mich nicht anmelden, Alter. Das hat er auch seit 80 Jahren in seinem Outro, ne? Okay, ich bin, äh, ja, schockiert, Bro. TikTok hat wirklich sehr viel zu bieten, meine Damen und Herren. Falls ihr auch ein erfolgreiches Geschäft starten wollt, verkauft eure Pfütze. Und, ja, ich wünsche euch viel Erfolg dabei. Wenn ihr wollt, dass wir auf weitere Videos an Armin reagieren sollen, dann gebt auch diesen wieder einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und schreibt auch gerne eure Meinung hier in die Kommentare. Bruder, ich bin raus. Was aber ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder.